Hallo bei MixiTV. Heute zeige ich euch eine Lockpicking Dose für Anfänger. Warum für Anfänger? Hier gibt es vier Schlösser und es ist völlig egal welches der Schlösser man öffnet, um an die Dose zu kommen. Wie ist das gebaut? Ich mache mal das raus. Das sind einfache Stangen mit acht Fünferlöchern. Eine Brote Dose und ein Abflussrohr. Das passt gut zusammen. Die Alustangen gibt es im Baumarkt. Acht Fünferlöcher rein an den Enden. Hier circa 15 bis 16 Millimeter aufbohren, so dass die Dose passt. Und schon hat man ein Lockpicking Cache gebaut, an dem Anfänger, wenn sie irgendwo verzweifelt an einem Schloss Auswahl haben zwischen drei weiteren. Außerdem kann man auch gut zu zweit versuchen, den Cache zu öffnen. Im Extremfall sogar zu viert, dass jeder an seinem Schloss rumpickt. Weiterhin viel Spaß mit MixiTV. 10 Minuten füße mit Mälethafrisch, wenn sie wie gesagt haben, den Cache komplett in der Säulen stehen. 4 Minuten füßen an mit Einderschaft, die Dose und Schüß des Zolles voran. Dann können Sie also montieren. Wenn Sie angeht,